Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute voller Tatendrank und werden diesen G350 jetzt auf die Bühne nehmen und die Front in eine schöne AMG-Front umbauen. Und ihr seid mit dabei, liked mir auf jeden Fall schon mal das Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte hier einmal richtig feste draufdrücken. Ansonsten wünsche ich euch viel viel Spaß mit dem Video. Schaut euch das Auto noch mal im Vorfeld an. Das wird jetzt vorne richtig schön verändert. Mein Name ist Dirk von Glutonium Cars. Viele kennen mich ja jetzt schon durch einige Videos. Heute geht es an die Arbeit. G350, die langweilige Front vorne, wird umgebaut in ein AMG-Paket. Es ist so, bei dem Fahrzeug ist es eigentlich ziemlich cool, weil es schon mit einem Sportpaket, also sprich mit den breiten Radlaufverbreiterungen oder Kotflügelverbreiterungen ausgestattet ist. Deswegen macht uns das weiterhin keine Schwierigkeiten. Auch werden wir die Scheinwerferblenden tauschen und auch das Kühlergrill, damit der von vorne so richtig cool aussieht. Und übrigens, diese Umbauteile könnt ihr auch über uns beziehen. Einfach nur info at plutoniumcars.at. Bitte keine Anrufe. Wir regeln diese Sachen hier bei YouTube alles nur per E-Mail. Vielen Dank dafür. Ansonsten haut rein. Bei diesem Fahrzeug habt ihr ja schon mitbekommen, das war fünf Wochen bestimmt im Oktober bis Anfang November 2022 bei Mercedes, hier bei uns in Österreich. Und wurde für über 20.000 Euro auf Garantie general saniert. Das heißt, jede erdenkliche Roststelle, eine Tür, die defekt war, alles wurde hier erneuert oder getauscht. Alles auf Mercedes-Benz Garantie. Und von unserer Seite aus wurde noch die Steuerkette gemacht, wurde noch der Ölkühler gemacht. Es wurde auch eine Windschutzscheibe getauscht und die Versazierleistung, dass dieses Fahrzeug wirklich nahezu dem neuen Zustand ist. Und deswegen haben wir gedacht, lohnt sich das jetzt, diese Front eben hier so schön umzubauen, damit eben das ganze Fahrzeug hier seine Geltung hat. Hier habe ich euch jetzt mal die Teile im Einzelnen zusammengerichtet. Diese zwei Scheinwerfer-Coverblenden, das sind gebrauchte, aber sehr guter Zustand, keine Steinschläge. Das hier ist neu. Hier haben wir vorne die AMG-Stoßfängerverkleidung und diverse Kleinteile. Das ist alles im Lieferumfang bei dem ganzen Paket mit dabei. Wir haben hier eine richtig gute Metallgeschichte, also kein Scheißdreck. Das ist die Aufnahme von dem Ganzen. Hier wird auch der Getriebeölkühler eingebaut. Das sind noch die Innereien, die nachher eben hier noch eingebaut werden, weil wir ja die Parktronik von dem Fahrzeug übernehmen müssen. Ihr seht, hier haben wir vorne Parktronik bei dem Fahrzeug. Das muss natürlich hier übernommen werden. Ihr seht, Aussparungen sind schon vorhanden. Auch hier sind die Aussparungen schon vorhanden. Das heißt, es ist ein einfaches Plug und Play, diese Parktronik-Sensoren zu übernehmen. So sieht das Ganze nochmal im gesammelten Werk aus. Das bedeutet, wenn ihr bei uns diese Veränderung bestellen wollt, dann ist eben hier einmal dieses Front-Kit, AMG-Styling-Kit mit dabei. Das beinhaltet den Metallträger sowie die Plastikblenden, die vorne in den Stoßfänger reinkommen. Wie auch schon erwähnt, möglich die Parktronik zu übernehmen, plus alle notwendigen Kleinteile und optional oder im Paketpreis mit inbegriffen, dieses Panamericana AMG Design Kühlergrill. Diese Blenden sind nicht dabei. Die sind ja an dem Fahrzeug eigentlich schon dran. Wir haben halt hier ganz viele Steinschläge bei diesen, weil der Rest ist alles lackiert worden von Mercedes. Diese Blenden nicht. Und deswegen tauschen wir das hier aus. Ihr seht, ganz viele Steinschläge, damit letztendlich das Fahrzeug in neuem Glanz erscheint. Hier habt ihr nochmal den Anblick vorher und später werdet ihr den Anblick haben nachher. So, jetzt müsst ihr mal hierher schauen und zwar hier und hier hinten drin. Und das gleiche auf der anderen Seite, das zeige ich euch. Hier und hier ist der vordere Stoßfänger befestigt und hier sitzt der Getriebeölkühler drunter. Das seht ihr auch. Den müssen wir nachher hier mit den Schräublern da oben, das sind vier Stück, einmal hier und da oben entfernen. Und natürlich müssen die Nebelscheinwerfer verschwinden. Die werden ausgesteckt und dann mit Lastwiderständen versehen, damit wir hier keine Fehlermeldung im Cockpit kriegen. Und die hässlichen zwei Scheinwerfer hier vorne, die verschwinden auch. Und ich richte mir immer gern einen provisorischen Tisch, den ich hin und her schieben kann. Das heißt, hier einen Radsatz drunter aufrollen, hier einen Radsatz drunter aufrollen, eine Schadetante mit Deppich drüber, damit nichts verkratzt wird. Dann kann ich mir das hier wunderbar hin und her schieben, wenn ich das drauf. Ja, den kann ich dann wunderbar hier drauf legen. Die Stoßstange ist jetzt hier lose. Jetzt müssen wir nur noch die Kabelverbindungen hier oben trennen zu diesen Scheinwerfern. Das gleiche hier drüben. Ihr seht, sie ist ausgehängt. Und dann kann man die Stoßstange umklappen und den Getriebeölkühler hier drin entnehmen. Das ist der Hauptstecker für die Parktronik. Den müssen wir auch lösen. Hier unten ist eine Mutter. Hier oben ist eine Mutter. Hier ist eine Mutter. Und da unten ist noch eine Mutter. Hier. Und dann könnt ihr die Blende von diesem Getriebeölkühler entnehmen, mitsamt dem Hydraulikschlaucherl hier. Und den Ölkühler rausnehmen. Und so sieht jetzt das gute Stück abmontiert aus. Ihr seht, der Ölkühler, den habe ich jetzt mal beiseite gelegt. Hier ist die ganze Original W463 Stoßstange. Und was wir jetzt noch hier entfernen müssen, das ist der Temperatursensor. Den entnehmen wir gleich. Den legen wir auch weg. Das merken wir uns, dass der hier unten gesteckt war. Und der nächste Schritt ist jetzt aus dieser Stoßstange die Parktronik-Sensoren auszubauen, mitsamt diesem Kabelbaum. Ich habe mir das Ganze jetzt mal ein bisschen beiseite gefahren, damit ich besser arbeiten kann. Der Ölkühler hängt da unten gemütlich rum. Das macht dem gar nichts. Und jetzt beginne ich hier, die einzelnen Parksensoren mitsamt dem Kabelstrang zu entnehmen. Und dann eben, hier hinten sitzen noch welche, hier. Und da sitzt auch noch einer. Genau. Seht ihr den? Jawohl. Hier. Und das übernehmen wir dann in die andere Stoßstange. So, und ganz kurz, wir merken uns, dass dieses Teil hier auf der Fahrerseite war. Dass der Kabelbaum praktisch so rum auch wieder reinkommt. Ja, und hier ist jetzt der Kabelsatz für die Parksensoren. Ihr habt gesehen, das waren keine 10 Minuten, ist der ausgebaut. Und, weil wir das jetzt alles so wunderbar hier demontiert haben, kommen wir wunderbar an diese Scheinwerferabdeckungen dran. Auch das Kühlergrill, hier drüben die Scheinwerferabdeckung. Und das werden wir jetzt als erstes tauschen, so wie ich das vorhin schon im Video erwähnt habe. Und dann geht es an der Stoßstange weiter. Um das Kühlergrill jetzt zu entfernen, ist es wichtig, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Schrauben aufmachen. Und dann können wir es nach vorne wegklappen und abziehen. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich immer, wie kriegt man denn diese Scheinwerferblenden hier ab. Es ist so, hier unten seht ihr die Torx-Schrauben. Das sind zwei Stück, ich mache mal von der Seite, einmal auf der Seite noch, also einmal hier, einmal hier. Die muss man ein bisschen nur lösen. Und dann kann man die Scheinwerferblende nach oben rausziehen. So, dazu braucht ihr ein T25. Dann drehen wir das hier einfach ein bisschen raus. Hier auch auf. Dann kann man die Blende nach oben rausnehmen. So. Hier habt ihr noch die Scheinwerfer-Spritzanlage angeschlossen. Den Schlauch müssen wir natürlich nachher abnehmen. Das lassen wir mal so hängen. Gehen wir zur anderen Seite. So, man kann das auch nach oben ziehen und rausnehmen. Und jetzt ist das Kühlergrill weitgehend frei. Das ist unten in zwei Gummitüllen eingesteckt. Das kann man dann auch schön nach oben rausziehen. Und jetzt hat man das Ganze schön offen. Ihr seht. Und jetzt muss ich nur noch die einzelnen Komponenten eben voneinander trennen. Das hier abmachen, den Schlauch hier rausziehen, hier abmachen, hier den Stecker abziehen. Und dann habe ich das ganze Zeug schon befreit. Das hier sind übrigens die Guminasen, von denen ich gesprochen habe. Hier steckt die Guminase noch oben drauf. Die brauchen wir nachher. Hier steckt die Guminase noch im Grill drin. Die müssen wir nachher rausnehmen und wieder hier draufstecken. Das ist ganz wichtig. Hier ist es so, dass ich die und die Schraube öffne, weil dieses Leuchtelement wird ja wieder in die andere Scheinwerferblende übernommen. Dazu brauchen wir eine 30er Torx. So, und schon haben wir das Ding frei. Wir können es gerade so hängen lassen. Das Kühlergrill können wir jetzt auch schon entfernen. Wir brauchen nur diesen Schlauch hier rausziehen. Wir müssen aber vorher diese Schelle entfernen. Deswegen habe ich die vorhin weit genug aufgemacht. Und dann nur noch diesen Schlauch hier rausziehen. Und schon haben wir es in der Hand. Und den Mercedes-Benz-Benz brauchen wir nachher. Oder wir kaufen einen neuen. Der wird dann ans andere Grill übernommen. Hier habt ihr jetzt mal einen Blick auf die ganze G-Klasse von vorne im demontierten Zustand. Ich mache jetzt auf dem gleichen Wege noch die linke Lampenverkleidung weg. Und dann können wir schon das neue Zeug dran bauen. So, aus dem alten Kühlergrill diesen Gummipfropf. Den machen wir wieder hier drauf. Den brauchen wir. Und hier ist es natürlich so, das ist ein Verteiler für die Waschspritzdüsen, für die Scheinwerfer, also für die Scheinwerfer-Spritzanlage. Und dass da dann ein bisschen was rauskommt. Also bis hierhin steht das Wasser an. Und erst wenn er Druck bekommt, geht es auf. Und somit kann man das hier ganz gut wegmachen. Das hier ist immer ein bisschen eine Futelei, weil doch dieses Teil recht stark, wie soll ich sagen, sich hier auf den Plastikflansch zieht. Und ich tue das mit so einem Spitzwerkzeug mir immer etwas langsam lösen. Mach hier auf und spritze mir da ein bisschen WD-40 oder irgendein bisschen Silikongleitmittel oder irgendwas rein, damit ich hier rundherum das aufmache. Und dann kann ich das wunderbar runterziehen, ohne diese Düse zu zerstören. Weil die bricht dann mal schnell ab und schon muss man wieder zu Mercedes-Rennen und so eine neue Düse besorgen. Und ich befreie mir einfach ein bisschen ringsherum dieses ganze Feste, indem ich hier ein bisschen Schmiermittel reingebe. Ich gehe dann auch hier rein, hebe das ein bisschen an und dann spritze ich da einfach ein bisschen Scheißdreck rein. Und versuche das ein bisschen drumherum zu arbeiten, dass sich das verteilt. Und dann kann ich das nachher ganz gut abziehen. So, wieder ein bisschen offen. Wieder ein bisschen rein. Und je besser das geschmiert ist, umso besser könnt ihr das dann auch abziehen. Seht ihr, und schon hat das super geklappt und die Düse ist noch in Ordnung. Die Düsen müssen wir natürlich in die anderen Scheinwerferblenden übernehmen. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Ausbauen. Und das können wir auch gerade wieder hängen lassen. Das hier werden wir noch ein bisschen gerade biegen. Und in dem Zuge tue ich immer ganz gern die Schräublein, die ein bisschen ankorridiert sind, mit so einem Rostschutz übersprühen. Damit wir hier einfach ein bisschen mehr Schutz haben. Die G-Klassen sind eh bekannt für ihre Schwachstellen. Leute, und ich bin kurz zur Billa gefahren, mir eine Fleischleiberl-Semmel, ihr kennt das als, wie heißt das in Deutschland, Frikadellen-Semmel, ja, zu holen. Und schaut mal, was heute der Fall ist. 1,78 Euro der Diesel, und jetzt tanke ich gleich noch voll, und dann geht es weiter mit der G-Klasse. Das muss man natürlich gleich ausnutzen, wenn der Diesel bei 1,78 Euro ist. Das ist ja der absolute Hammer. Ich bin ja so glücklich, das Ding war hier vor einer Woche noch bei 2,01 Euro oder sowas. Zurück in der Halle. Hier meine wunderschöne Fleischleiberl-Semmel mit Ketchup und ein funkelnagelneuer Mercedes-Stern. Und das wäre die richtige Nummer, passend zu diesem Kühlergrill, das wir verkaufen. Ihr könnt natürlich, wir haben die auf Lager, ihr könnt bei uns den Stern mitbestellen. Der ist also nicht im Lieferumfang von diesem Kühlergrill mit dabei. Nur, dass ihr Bescheid wisst, hier nochmal die Nummer. Ansonsten haue ich mir das Ding jetzt erstmal rein. Und das Red Bull darf natürlich auch nicht fehlen. Weil, was hat der Herr Gute-Matte-Schütz, bevor er verstorben, immer gesagt? Ein Red Bull verleiht Flügel und bei uns ist es ein Red Bull am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Frisch gestärkt kann es jetzt weitergehen. Das ist jetzt wichtig, solltet ihr diesen Kühlergrill, der ohne weiteres an jeden W463 dranpasst. Lediglich diese Panamericana oder AMG-Look-Kühlergrill-Rippen halt hat. Der passt wunderbar rein. Und das ist jetzt wichtig für den Einbau, solltet ihr so einen Grill eben bei uns erwerben. Der wird genau so geliefert, ohne den Stern. Und zwar drei Schräubchen, dieses Plastik und wenn ihr wollt, optional natürlich mit Stern. Der kostet circa 60 Euro, 65 Euro ungefähr. Ich habe mir jetzt die Heißklebepistole gerichtet und genau hier hinten drin, so dass es dann sauber sitzt, wird dieses Plastikteil hier mit dem Stern verklebt und nachher ins Kühlergrill mit den drei Schrauben dann eingeschraubt. So sieht es dann am Schluss aus. Und je nachdem, wenn die ein oder andere Zacke hier stört, das macht dann nichts. Die könnt ihr dann gerade ausbrechen, hier ein bisschen abfeilen. Das ist irrelevant, weil eben der Stern hier drin verklebt ist und damit sauber reingeschraubt ist. Solange der Heißkleber aufwärmt, werde ich jetzt diese Scheinwerferwischdüse hier rüber übernehmen. Wichtig ist nur, dass natürlich diese Düse nach innen spritzt, dass ihr die nicht verkehrt herum einbaut. Dazu nehme ich gerne meine gebogene Spitzzange, einfach die Mutter hier lösen und dann dieses ganze Teil nach vorne hier rausnehmen. So, dann gehen wir hier rum. Wichtig ist, dass dieses Gummiband richtig drin ist. Dann setzen wir das auch wieder richtig rum hier rein. So, schauen, dass das hier vorne sauber sitzt. Jawohl. Und dann gerade die Unterlegscheibe wieder drunter. Und letztendlich die Mutter wieder drauf. Die kann man mit Hand anlegen. So. Und dann wieder festziehen. Also das braucht ihr ja natürlich in eurem Fall nicht zu machen. Ich wollte es jetzt nur mitzeigen. Hier ist es so, dass ich gesagt habe, ich tausche die Blenden aus, weil die so stark mit Steinschlägen besehen sind und ich die halt noch auf Lager hatte. Die kann ich jetzt mal gemütlich zum Lackierer geben, wieder schön machen lassen. Hier seht ihr jetzt, wie ich das öffne, einfach mit dieser schönen Zange das aufmachen. Zacki, zacki. Nach vorne rausbrücken. Hier den Ring brauchen wir wieder. Hier auf die Seite legen, weg damit. Jetzt richtig rum wieder einsetzen. Hier rein. Wieder mit den Zacken richtig rein. So, das steckt schon wieder fest da drin. Zeigt nach unten. Dann die Unterlegscheibe drauf und die Mutter wieder drauf. So. Zack, handfest anlegen. Und dann wieder, egal was für eine Zange ihr da nehmt, ihr könnt auch den Gabelschlüssel nehmen. Ich ziehe das halt hier handfest an. So, das ist gut. Und somit haben wir die zweite auch schon gleich fertig. Hier ist sogar noch Fliegenschiss dran. Und jetzt ist schon mal unsere Heißklebepistole soweit. Jetzt tun wir das nochmal schön ausrichten hier, dass das einigermaßen passt. So sieht mir das ganz gut aus. So. Und dann lasse ich einfach mal die Soße hier reinlaufen. und tue dieses Mittelteil gut austrocknen lassen, also gut abkühlen lassen, dass das richtig schön fix ist. Und nicht sparen mit dem Material, dass das schön hält, weil wenn die Waschanlage drüber geht, das ist ja alles schön mit Vibration zu tun. So, jetzt lasse ich ein bisschen nachheizen. Ah, das ist schon richtig gut. Noch mal eine Runde, dass eben dieser silberne kleine Steg alles mit dem Plastik richtig gut verklebt ist. Und solange unser Mercedes-Stern trocknet, baue ich dabei die anderen Scheinwerferbänden wieder ein. Das ist eigentlich recht einfach. Hier wieder die Torx-Schrauben rein. So. Und dann kann ich mir das mal so provisorisch hier hinhängen, weil ich muss ja nachher noch den Wasserschlauch hier anschließen. Später werden die aber hier oben eingeklipst und dann unten eben mit diesen Teilen in die Führung hier reingemacht und wieder mit den zwei Schrauben fixiert. Und man muss halt aufpassen, dass das Kabel da nicht im Weg ist. So, ich lasse das mal hier hängen. Gehe an die andere Seite. Auf der Seite können wir die Scheinwerferreinigungsanlage schon wieder einstöpseln. Da fahren wir hier hoch, da ist noch genug Schmiere von vorne dran. Tun dieses Klemmerchen wieder hier rein. Machen wir das gleich fest. So. Das ist okay. Die Stecker hier von diesen alten Scheinwerfern, die lassen wir dann nachher einfach hier drin, die Versteckklemmer. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die können wir hier reinstecken. So, und die werden auch keinen anmeckern, dass es die nicht mehr gibt, weil die sind eigentlich nicht original. Die sind nachträglich eingebaut worden. Das sieht man. Aber, wie gesagt, wichtig ist nachher nur bei den Nebelscheinwerfern. Hoppla, das ist der Stecker. Da müssen wir uns dann eine Lastwiderstandkombination ausdenken. Da müssen auf jeden Fall... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden... Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Enial. 3 10 Ohm Lastwiderstände parallel zusammengelötet werden, hier dran geschlossen werden und dann kommt auch kein Fehlersignal im Cockpit, dass eben hier der Nebelscheinwerfer fehlt. Die Verheiratung hier war ein voller Erfolg. Ich baue jetzt diesen Stern einfach hier hinten ein und dann mit den drei kleinen Schräublein einfach fixieren. So, dann schauen wir uns das an. Ihr seht, der Stern sitzt jetzt sauber drin. Jetzt können wir das Kühlergrill auch montieren. Kontrollieren, ob die zwei Sachen hier drin sind und den Stecker lassen wir mal noch hier weg. Die können wir später noch verstecken. Jetzt ist wichtig, dass erstmal dieser Schlauch wieder hier durchgefädelt wird. So, und dann können wir das Kühlergrill eben hier ansetzen und nach oben einklappen. So, da ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man es ein bisschen einölt, dass es besser reinrutscht. So, das kann man nachher alles wieder wegputzen. Aber ihr seht, jetzt rutscht es viel besser runter. Jawohl, hier auch. So, jetzt sitzt er schon sauber drin. Dann geht es jetzt hier dran auch reinstecken. Öl ist schon vorhin auch noch genug dran. Das heißt, schön hier hoch schieben. Jawohl, ist drin. So, die Klammer auch wieder drauf. Und dann kann man die Klammer auch schon wieder festmachen. Dazu ist es wichtig, dass ihr diese Schräublein habt mit diesem kleinen Metalleinsatz. Das ist ganz wichtig hier, weil dann bricht das Plastik nicht. Also die bitte im Originalen verwenden. So, dann ist das Kühlergrill schon mal fixiert. Dann können wir das hier auch wieder einstecken. Das heißt, das kommt hier hinten hinter die Schraube. Bisschen anheben, hier hinten einklipsen. Schön nach unten. Jawohl. Schön nach unten sitzt. Und jetzt die zwei Schrauben da unten wieder anziehen. So, hier wieder fixieren. So, die erste Seite ist fix. So, dann machen wir auch gleich die andere Seite. Das heißt, das hier auch wieder so ansetzen. Also die Dinger werden ganz gern geklaut. Weil, wie gesagt, zwei Schrauben. 25er Torx. Und dann kann man das schon rauslüpfen. Zack. Abgeschnitten. Ist wirklich heftig, was hier teilweise geklaut wird. So, der erste Zwischenbericht sozusagen. Schaut es euch mal an. Ist wirklich schon ein Hingucker mit diesem neuen Kühlergrill. Und jetzt gehen wir an die Parksensoren und die Stoßstange. Unten. So weit doch mal gar nicht schlecht, oder? Das heißt, das wäre dieses Kühlergrill, was man einzeln erwerben kann. Man kann auch die Stoßstange nachher, die habt ihr ja vorhin schon gesehen, die kann man auch einzeln erwerben. Aber wenn, dann würde ich das in Kombination machen, weil dann sieht das echt super aus. Somit, der Stern ist drin. Das Kühlergrill sitzt. Die anderen Blenden haben wir eingebaut. Somit habt ihr in diesem Video auch mal gesehen, wie man diese Blenden ein- und ausbaut. Beziehungsweise auch an dieser LED-Streifen hier dran kommt. Und jetzt ist es so, dass wir die untere Stoßstangepartie montieren, die Parksensoren einbauen und dann final dran schrauben und dann ist es auch schon fertig. So, der nächste Schritt ist jetzt diese Metallkonsole mitsamt dem Ölkühler hier zu verheiraten und hier wieder anzubauen. Das Gute bei unserem Erweiterungssatz. Hier haben wir variable Mutterplatten. Da könnt ihr dann nachher eure Frontstoßstange super justieren und einstellen und dann fixieren. Dazu benötigt ihr dann wieder eure vier Schräublein. Die sind 18 groß. Ich schaue das mal wieder an. So, ich habe es jetzt mal mit einer Schraube fixiert. Dass ich hier noch das so nach unten bekomme, damit ich den Ölkühler hier dann schön einarbeiten kann. Ich habe mir das Auto wieder runtergefahren, mein super Tischchen hierhin gebracht. Hier unten hängt der Ölkühler, das wisst ihr eh. Und hier in unserem Stoßstangensatz sind jetzt vier solche Winkeladapter dabei. Hier haben wir ja das ganze Schraubengedöns mit dabei. Das habt ihr vorhin auch gesehen. Und hier ist es jetzt so, dass es gibt drei gleiche. Die kommen hier, hier und da unten hin. Und dieses eine, wo etwas anders, hier, das ist ein bisschen anders, das kommt hier unten hin. Und damit kann man dann den Ölkühler wunderbar befestigen. Diese Teile montiere ich jetzt hier. Dann hänge ich den Ölkühler ein, verschraube den Ölkühler. Und dann könnte man schon diese ganze Metallhalterung, das ist im Prinzip die Aufnahme für den Kunststoffstoßfänger im AMG-Design. Dann können wir hier das Ganze wieder nach hinten fixieren, locker anlegen und dann ausrichten und dementsprechend dann einbauen. So, und schon geht's los. Dann nehmen wir die Schrauben eben hier mit dem Vierkant. So sieht das Ganze dann aus. Hier kommt eben dieses eine hin, wo etwas unterschiedlich ist. Hier das Ganze und hier oben könnt ihr euch das ja dann vorstellen, wie es aussieht. Also hier geht es sich so mit einem Millimeter nicht aus. Und jetzt machen wir das drüber auf der anderen Seite auch. Hier kann man gut rein. So, jetzt schauen wir mal, ob das passt. Manchmal fehlen ein, zwei Millimeter. Hier passt es auch rein. Hier passt es rein. Das ist auch fix. Sehr schön. Ölkühler ist drin. Also Getriebeölkühler ist drin. Und zwar, jetzt hebe ich das an und versuche hier unten die vordere Schraube auch schon mal zu fixieren, dass ich die drin habe. Und dann können wir unser super Tischchen wegfahren. Dann schauen wir uns das jetzt nochmal aus der Nähe an. Diese schöne Metallkonsole für den Stoßfänger ist jetzt montiert. An zwei Schrauben fixiert, rechts und links. Da machen wir jetzt jeweils die hintere Schraube noch rein, dass sie schon mal gerade steht. Und dann gehen wir erstmal an den Stoßfänger und werden hier die Parksensoren einbauen. Dann fahre ich mir das Auto wieder hoch. Und jetzt ist es wieder wichtig, dass wir die Mutter auf der Seite hier treffen und natürlich das gleiche auf der anderen Seite. So, hier die Schraube ist drin. Ich habe das mal handfest angezogen. Also, ihr seht, der hier ist jetzt gut fixiert. Ölkühler ist drin. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Kunststoffabdeckung, also das schöne Design, hier uns auf unser Tischchen legen und in Parktronik einbauen. Und jetzt ist es wichtig, dass eben die Parksensoren eingearbeitet werden, die Plastikteile wieder eingearbeitet werden. Dieses Frontteil hatten wir ja beim Lackierer, das ist in Wagenfarbe lackiert worden. Und hier ist es so, dass wir eben hier diese sechs Sensoren mitsamt dem Kabelbaum schön einarbeiten müssen. Jetzt entnehmen wir die Dummies hier. Und genau hier setzen wir unsere Parktronik ein. Jetzt ist es ja so, dass wir vorhin gesagt haben, dieser mit dem Stecker, weil das ist Fahrerseite, ist jetzt bloß Spiegel verkehrt. Zack, passt auch richtig schön rein, klipst auch gleich wunderbar ein. So, der ist schön fest. So, das ist der Herr Vordere, der kommt hier rein. Der hier kommt hier rein. Jetzt sitzen die hier auf der Seite sauber drin. Das können wir dann nachher hier noch schön fixieren, mit Kabelbinder, dass diese Streppen nachher nicht runterhängen. So, dann wird das Ganze hier drüben fixiert, damit wir das immer schön da reinhängen können. Das ist gut. So, der nächste kommt aus dem Kabelbinder, der kommt hier hin. Das geht sich alles ganz so aus. Und der letzte geht dann hier hin. Und der ist auch schön drin. Das müssen wir das hier ein bisschen fixieren. So, das sind die Beine. Zack. Das hier ist der andere. Und somit ist die Parktronik, das mache ich noch ein bisschen schöner hier, somit ist die Parktronik eingebaut. Der Stecker ist da. Wichtig ist nur nachher, dass halt hier kein Kabel in diesem Sichtfeld hier rumhängt. Das ist wichtig. Das werde ich jetzt noch ein bisschen hier nach hinten ziehen mit einem Kabelbinder, dann ist das sauber. Und dann schauen wir mal, wie wir das dann hier schön verbinden können, einstecken können. Jetzt habe ich mal den AMG Frontteil mal so notdürftig angesetzt, weil jetzt kommt noch eine ganz spezielle Sache. Genau hier habt ihr von dieser Radlaufverbreiterung etwas zu viel stehen. Jetzt müsst ihr euch mit dem Klebeband das hier fixieren und genau hier dieses Äckerl, so breit wie das Teil ist, hier nach unten rausflexen, damit das hier sauber reinpasst. Dazu fixiere ich mir jetzt aber erstmal die Stoßstange, dass ich genau die Höhe habe. Ich habe mir die jetzt hier vorne auch einigermaßen ausgerichtet. Hier ein Klebeband hinmachen und genau auf dieser Höhe, so wie es angezeichnet ist, dann ein Stück ausflexen. Also wir reden hier von circa 5 cm, was wir da reingehen und auch runterschneiden, damit genau dieses Stück hier Platz hat, aber nicht mehr. Das heißt bis hier, gehen wir rein, hauen das Teil hier drunter weg und sägen so ein bisschen schräg das aus. So und hier entlang natürlich. Die Ecke hauen wir raus. Das gleiche hier drüben, gedachte Linie, circa 5 cm. Hier, da entlang und hier gehen wir so ein bisschen schräg raus. Wichtig natürlich, Schutzbrille aufziehen, Leute. So, dann könnt ihr den Papper schon wieder weg machen. Dann noch ein bisschen schön entragen. So, dann hier noch ein bisschen. Und dann haben wir das Eckerl auf der Seite draußen. Also wie gesagt, lieber etwas zu wenig, wie das nachher zu viel ist. Aber das wird schon passen. Blatt, jawohl. Dann habe ich das auch ein bisschen mit, ob sie da ein schwarz, ein bisschen übergesprüht hier, damit man die Schnittkanten nicht so in einem dunklen Grau sieht. Und ich habe die Schrauben wieder gelockert von dieser Metallhalter um. Und dann gehe ich her und setze das wieder ab. So, jetzt schraube ich sie mal fest und dann kann ich sie nochmal final ausrichten. Und ich fixe es jetzt erst mal hier auf der linken Seite, wie ich so ungefähr haben will. Kann man eigentlich schon so lassen. Das heißt, festschrauben, dann die Metallblenden noch vorne drauf. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann mache ich hier die Schraube fest. So, dann machen wir hier auch Unterlagsscheibe drauf. Auch fest. So. So, und zum Schluss, wenn wir das hier runter machen, kommt diese Einklipsmutter hier rein. Die muss hier eingeklipst werden. So, die klipsen wir hier so rein. Dann haben wir die hier drin. Und das natürlich zweimal. So, und dann sind beide so vorgerichtet, eben mit diesen Muttern da oben drin. Das kommt jetzt dann hier rein und wird von unten, mit so einer langen Schraube, von unten fixiert. So, was ich mache, ich stopfe mir hier immer ein bisschen Papier rein, so Verpackungspapier, dass mir die Mutter ganz da vorne bleibt. Weil sonst rutscht mir die nach hinten und ich komme da nicht dran. So. Normalerweise kann die Mutter dran kommen und das festschrauben können. Jawohl, und sitzt. Das passt. Das heißt, das ziehe ich gleich mal fest. Handfest reicht. Und das Gleiche machen wir hier auf der anderen Seite. Da schaue ich erst mal rein. Wie da die Mutter sitzt. Da könnte ich so dran kommen. Also hier ist es wirklich ratsam, so was auf der Hebebühne zu machen. Sonst wird man verrückt. So, und ich glaube, ich bin hier auch schon drin. Jawohl, das glaube ich sieht gut aus. So, was wir hier noch machen müssen, ist jetzt die Hacktronik zusammenstecken. Da kommt hier der Stecker runter. Einstecken, der ist wieder drin. Und wie vorhin schon erwähnt, das hier machen wir später in einem anderen Video. Da machen wir Lastwiderstände dran. Und jetzt fixiere ich noch den Temperatursensor hier mit einem Kabelbinder. So, dann sitzt der auch ordentlich. Man kann schön seine Temperatur hier vorne abnehmen. Das zwicken wir noch ab. Check. Hier der Parktronik-Stecker. Den fixiere ich jetzt auch noch hier vorne, dass der nicht rumhempelt. Hier haben wir den Temperatursensor fixiert. Jetzt kommt noch das Unterbodenblech hoch. Und dann ist es fertig. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Diese Kombination, leichtes Panamericana-Grill mit dazu. Und wie sich hier eben, ich blende das jetzt auch nochmal extra ein. Vorher, nachher, wie sich das verändert hat und ob euch das super gefällt. Wie gesagt, Panamericana-Grill haben wir immer auf Lager. Den Mercedes-Stern kaufe ich bei Mercedes auch. Den muss ich separat berechnen. Liegt es bei 60, 65 Euro brutto. Und anfragen bitte, ganz wichtig, an info.plutoniumcast.at. Nicht per Telefon. Diese Sachen machen wir gar nicht. Also es kommen wir überhaupt nicht zu arbeiten. Und auch diese AMG-Frontschürzen-Stuhlstangen-Geschichte könnt ihr auch über uns beziehen. Und natürlich noch die Nebelscheinwerfer, die wir entfernt haben. Da müssen wir noch eine spezielle Plutonium-Lastwiderstand-Geschichte einbauen. Das möchte ich euch auch in einem separaten Video dann zeigen, wie wir extra mit guten Lastwiderständen, hochwertigen Lastwiderständen, weil vorher waren hier richtige Halogenlampen verbaut, die richtig Hitze erzeugt haben. Und genauso müssen wir hier was langfristiges einbauen, damit die Wärme abgehen kann und dass auch keine Fehlermeldung im Display kommt. Und die Fehlermeldung zeige ich euch jetzt mal noch, was wir da haben, weil eben zwei Nebelscheinwerfer fehlen. Wir machen das jetzt ganz kurz und schmerzlos. Ich starte jetzt den Wagen. Ich sage hier erstmal OK, weil wir Tankreserve haben. So schaut her, schon kommt die erste Fehlermeldung. Nebelscheinwerfer links. Die nächste Fehlermeldung Nebelscheinwerfer rechts. Und genau das ist es. Nochmal kurz eine Nahaufnahme. Und hier habt ihr gesehen, selbst diese Edelstahlblenden sind aus Edelstahl und kein Kunststoff wie bei manchen Kids, wo es gibt. Und Schrauben sind gleich mit dabei. Es ist eine ordentliche Stahlhalterung, die hier montiert ist. Also wirklich kein Scheißdreck. Das ist Top-Qualität. Und für Aftermarket hervorragend. Besser kann es nicht sein. Also, sagt mir, wie ihr das findet. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich über ein neues Abonnement. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.